Das war sicherlich in den Top 10 der schlimmsten Dinge, die wir noch erlebt haben. Nicht das, ob da die Ogerin begebt sich zum Haus der Mars und macht euch bereit, mit Stan gegen die böse Ogerin zu kämpfen. Und da ist natürlich seine Schwester. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch die eine oder andere Quest bekommen. Ja. Die Farm, die Farm. Oh, bin ich froh, dass wir die Farm entdeckt haben. Gibt es mir auch noch einen Schwester oder was? Aber ich weiß, dass der verdammte Ogerin etwas plottet. Ah, ist das gut. So, mal rüber zu Stan's House. Ja, machen wir erst die Ogerin, um dann in der Farm die Erlösung zu finden, die wir schon so lange suchen. Wer bist du? Ich werde dich töten, Kurt. was ich dachte das ist die Ogerin gewesen sein Karte Gruppe nimmst dann ach jetzt du klein Schirr ich hab' Hilfe, wir versuchen uns beide Oh, das ist auch nicht so die Oger die Oger so was beschneiden ja warum ist nicht aber verringert sehr gut Fähigkeiten Schwerster beschwert sein inneren Action Helden greift einen Feind mit einer Vielzahl von Hiebern Klinke mit der linken Maustaste das haben wir noch gar nicht gesehen oder? doch, nein, weiß nicht, glaub nicht war das perfekt, das ist super ouch oh, das hat sich an Grenzen gehalten ich gebe mir eins mit der Vipok-Klinke mit 10.000, easy-peasy machen wir noch mal deine Fähigkeiten, aber du hast keine mehr äh, nimm einen Machttrank zu dir sehr gut, was kannst du noch? schauen wir uns das mal an Wirbelwind-Schnitzer Stan wirkt einstichdrehendes Schwert der mehrere Feinde trifft, das haben wir schon probiert und das hat so gar nicht geklappt ich war noch mal das mit dem Schwert probieren das war gut und ich glaube, da können wir noch wobei das perfekt war lieber nicht zu früh 7-fach-Kombo, perfekt, der wurde tot was müssen wir da machen? ja, 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 ja Fähigkeiten äh, beschneiden nochmal wir haben das Verhängnis Juden-Jitsu David-Schleuder nö was sind denn die ägyptischen Plagen? kenne ich gar nicht nehm auch von jedem wieder eins das ist nicht gut, ich glaube einfach Kombi ähm, gib mir mal noch lieber einen kleinen Gesundheitstrank sicher ist sicher jamm, 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 jamm wieder bei voller Gesundheit und wir selbst können was machen Fähigkeiten wie das schwer ist hoppla macht er schon ja, dann nimm doch hier dein normalen Nahkampfangriff Kirschbombe klar ah, die Kirsburg järgsch Pompersche oder so um, äh, magie äh, so, wir haben gar keine magie, jetzt, äh, wir können großmalerein nehmen anderer magie nehmen wir haben keine Machtpunkte Kanade verlangsam und für die ganze Zeit und wir haben ja in der Rhein-Alklinge die Gäste der Chance Zum Schluss noch mal leicht ein mitgegeben. Eine Quest weniger. Auf zur Farm. Sehr schön. Stan ist jetzt erst mit mir befreundet. Nein. Neue Nachricht von Stan. Nein. Warte, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Ne, jetzt keine. Hoch, 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 hoch. Gerne auch hier rum. Achso, ja. Lass uns doch mal die Nachricht von Stan anschauen. Stan, ich war mit Stan noch nicht befreundet. Laurie, Miss Biggill, Miss Brostowski, Miss Agorsi, Victoria, Mr. Adler. Was? Wo, wo, wo? Hä? Habe ich neu geladen? Oh, dass ich es mitbekommen habe. Die Ugarin ist erledigt. Sehr gut. Tim ist Taxi. Ach, das geht schneller, wenn wir jetzt so gehen, oder? Vielleicht will man ja in den Kindergarten ein, in der Scheune. Oder obdachlose, das wäre auch toll. Aber da das eine Quest ist, gehe ich nicht davon aus, dass mir die da finden. Naja, wenigstens ist diese Quest dann vorbei. Schon wieder neue Nachrichten, Stan. Kaum sind wir befreundet, schon ist er die ganze Zeit hier am Schreiben. Wie kann er das denn machen? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja, dann lass uns doch mal Jimmy als Begleiter nehmen. Oh, Mann, der Kettel-Ranch. Wir sind hier. Entschuldigung, hallo? Hey, geh weg, mein Ranch! Sorry, dass du dich beschäftigen, Sir. Wir sind Elven-Warrior der Forrest. Ich verstehe, dass du eine Flute für Sie haben. Flute? Willst du die Flute? Es ist so passiert, dass ich ein Level 10 Barter. Und eine Flute ist nur das, was ich brauche, um magische Songs von Enchan... ... ... ... ... Ich verstehe, dass ich das, was ich brauche, um magische Songs von Enchan... ... ... ... ... ... ... ... Ich war's ab. Ich hab Zeit. Ich kann mich an David Hasselhoffs Konterfeindesat ziehen. Da muss es ein Chico geben, oder? Ich weiß nicht. Wenn es keins gibt, muss das gemacht werden. Ich versuchte die ganze Zeit zu lesen, was denn da auf der... Der 2-year-old Prinz, 3rd in line to the british throne, macht News around the world 2 weeks ago, wonder. Ja, das einzige Problem ist, die Flute sind in der Barne, und da sind die verrückten Kattel. Das verdammteste, die ich noch nie gesehen habe. Einige von den Kattel starten wirklich lustig. Ich versuchte, sie aufzuhalten, aber sie versuchten etwas in Deutschland und dann versuchten sie mich zu töten. Nein, keine Angst, Herr. Du musst nur die Hilfe von einem Level-10-Barn und seinem Warrior-Friend. Lass es uns! Alles klar, wenn du so sagst. Hier sind die Schlüsse der Barne. Oh, endlich. Die Scheine. Nazi-Zombie-Kühe. Hab ich mir schon gedacht. Alles klar, Kaus. Es ist Zeit, zu stoppen, zu verletzten. Ich bin dir gar nicht. Alles klar. Na, ich weiß nicht. Das wird alle Säte sein. Das wird meine größte Performance. Genau so. Ich bin eigentlich so. Ich habe alles in meinem Haus. All die Weltkriegel. Alles klar, ich bin ich mit dem Tiefer. Ich habe keinen großen Mana-Trank, weil ich so jetzt keine großen Mana-Trank habe, das ist immer blöd. Jam, jam, jam. Der braucht aber noch einen kleinen später. Ahlopa! Ihr wisst, was kommt. Also bei vier Gegnern, die alle... Ah gut, 3000. Schönen Tag! Auch hier ein Schönen Tag. Autsch! Scheiße! Sind gar nicht tot, da schau her. Was hast du denn für tolle Fähigkeiten eigentlich? Brauner Ton. Entleeren alle Damen. Drüder wohl, schnell S, um den braunen Ton zu treffen. S, ist hier. Sie, 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 sie sehen. Ach, haben wir schon gesehen, muss ich jetzt drücken. Ne, ne. Oh, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Raus, raus, schnell! Eine andere Fehl in meinem Kind. Das war knapp. Huijui, das war knapp. Nord, hol die Flüte! Glänzende Stiefel. Geld, Armbänder. Noch mehr Armbänder. Macht Trank. Nice. Hier hin müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da ist was, da ist was, da will ich hin. Machen wir gleich. Wir können das hier abschießen und... ...ein Feuer damit entzünden und... ...mit dem Furz da rüber. Das reicht, wenn wir uns hier hinstellen und... ...und... ...was ja wegmachen. Die Flüte. Questgegenstand. Kehre zu Farmer Bill zurück. Ah, hier unten. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Klein machen, rüber gehen, mache ich es nicht. Darf mir zu lange. Da kann nichts drin sein, was mich irgendwie... ...glücklich macht. Ab zu Farmer Bill. Hey, du hast es geschafft. Die Elves waren ziemlich gut. Hast du die Flüte gefunden? Das habe ich sicher gemacht, Rancher Bill. Und jetzt werden meine... ...bartige Hähigkeiten größer als vorher. Du hast es gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Danke, neue Kindheit. Ich hätte es nicht ohne dich getan können. Wo sollen wir weitergehen? Ja, aber ihr seht schon. Wenn hier ein Kindergartenkind wäre... ...würden wir es sehen können. Nicht wahr? Ich gehe trotzdem runter. Ich werde mir nichts nachsagen lassen. Geld, Ambrus, Hanibugus, Schweineherz. Gab es hier oben was? Nein. Ha! Ich habe mir mehr erhofft. Die... Ansprüche an die Scheune waren jetzt auch riesig. Gibt es... ...neue Nachrichten? Gibt es... Ich gebe dir einen guten Preis. Ausschnitt aus meiner Aufführung. Wasser hat zwei Krücken. Und ist gerne ein Barde. Aufgeben? Dieser Kerl. Wow, was für ein fantastisches Publikum. Spug hat gerade einen Haufen gemacht. Und... ...der genau wie Carmen's Kopf aussieht. Tihi. Wie viele Freunde haben wir? 89. Ich glaube, das bedeutet, wir sind Freunde für heute. Aber ich mag dich nicht, Nuki. Die Krieg ist für heute vorbei. Aber ich weiß, dass Wizard fucking Fatass ist etwas. Wir Elfskraft sind das leideste Schein in der Land. Ich weiß, ich weiß. Da oben ist auch ein Kid. Haben wir mit dem schon geredet. Wir werden das rausfinden, ich glaube schon, oder? Ich war falsch über dich, Human. Ich war blinded mit Rassismus. Wir müssen ja oben nicht irgendwas sehen können oder so. Irgendwas abschießen. Sieht nicht so aus. Hi, 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 hi. Jetzt stecken wir wieder fest. Nein, wenigstens haben wir zwei Quests noch erfüllt, die es zu erfüllen galt. Wir haben gar nicht gesehen, wie die Kühe angreifen, ne? Da waren wir zu gut waren. Es tut mir leid, dass wir so gut sind. Not. Hier drin können wir uns klein machen. War auch was drin. Hab ich aber offscreen schon gemacht. Wild of Inside. Ah. Hm. Dann können wir noch zum Camp Cooper gehen. Schauen, ob da Cartman noch eine Aufgabe für uns hat oder so. Ansonsten fällt mir echt nichts ein. Ich meine, ah. Die Kindergarten. Es gibt ja bestimmt zig YouTube-Videos, wenn über alle Kindergarten gezeigt werden. Ich könnte mir das jetzt natürlich angucken. Und dann zurückkehren. Und so machen, als ob ich es nicht gesehen hätte. Doch, ich gebe es dann natürlich zu. Da habe ich kein Problem mit. Weil die Quest ist einfach nur die Map absuchen oder nicht? Du brauchst einen Map absuchen, mein Mann? Erstmal wollte ich nicht den KKK sein. Aber der Grand Wizard hat einige gute Punkte gemacht. Das ist cool, dass du jetzt ein King bist. Nicht ein Wizard-Kang wie ich, aber es ist trotzdem ein King. Hier, sprich! Du musst es practicechen! Ah! Ich suche euch! Ich finde euch aber nicht! Wo mögt ihr euch verstecken? Wisst ihr was? Ich mache das jetzt wirklich! Ich gehe kurz auf YouTube, schaue das, schaue mir das an und bin gleich wieder da! Bis gleich! Euer Egonson! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Das ist aber auch tricky! Okay, wir kümmern uns zuerst um die Kindergarten, Kinder! Um das Kindergarten... Warte, da können wir doch den Timmy Express nehmen, oder? Hier ist doch einer! Ist er nicht? Doch, ist er! Also, wir waren hier in der Stadtmitte schon auf dem richtigen Weg. Ganz am Anfang des Spiels war ich mal in der Bank. Da hab ich dann, ähm, ja, Geld ausgegeben, um mir einen Witz anzuhören, mehr oder weniger. Und, sag mal... Genau, wir rennen. Ähm, wo ist die Bank? Wo ist die Bank? Genau! Und da hab ich aber noch kein Auge drauf gehabt auf Folgendes. Warum bin ich auch nicht reingegangen hier, um mir das nochmal anzugucken? Warum? Weil ich, äh, in den anderen Gebäuden war, und ja. Stopp staring at me. Das ist immer schnell. Und, guck mal, die anderen Kinder sind so gut versteckt wie sie hier ungefähr. Er hier ist hier versteckt. Hier. Taku, 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 kitzes. No way! How did you find me? Das war der Kindergarten. Kehre zum Park zurück. Mach mal Yasser. Und dann gehen wir zu den Obdachlosen, die sich auch ganz toll versteckt haben. Du hast immer auch schon hundert Mal vorbeigelaufen. Aber, halt, den, äh, das Ding nicht gesehen. Äh, Kindergarten Kindergarten. Warte, 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 warte.. Warte, 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 warte. Hier drüben... Wollte wir den ganzen Weg entlang gehen? Nee. Aber hier ist noch ein Tim, ey. Und, äh, hier auch. Nee. Aber fast. Wobei... Wobei... Nee. Äh, die Obdachlosen machen wir jetzt, weil wir hier sind. Hier hinter diesem Baum ist ein versteckter Weg. Ich will hier nichts machen. Ich mag hier Obdachlosen verprügeln. Kommt her! Meine Stimme ist auch schon total, also, oh, garstig. Mana-Trank, Klein, Ema. Mana-Boost, Betrugner-Penna 5000. Dann machen wir eine Nagasaki! Rechts, Adi, links, Bildschirm wackelt, ja. Okay, nein, so, ja. Was? Nein, hat nicht geklappt. Hat der Bildschirm schon gewackelt? Ich hab's so lange für die Frequenz gebraucht, ne? Mein Barrette, spiel einen Power-Akkord. Ah, ne, das, äh, macht nur deine, deine Fähigkeiten besser, ne? Da aber immerhin. Wir machen nochmal den brauen Ton. Hier ist ein kleines Diddy, der macht den Scheiß. Hier ist ein kleines Diddy, der macht den Scheiß. Hier ist ein kleines Diddy, der macht den Scheiß. Er hat's überlebt, unglaublich. Und, hat jetzt aber alle seine Dinger hier aufgebaut. Hey! Da-da-da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Okay! Obdachlosen-Camps ungesiedelt. Kerl zur Bürgermeisterin zurück. Machen wir mal. Und zwar Flotti-Hotti. Flotti-Hotti. Hab ich gerade eben erfunden. Könnt ihr ruhig morgen alle benutzen. Auf Arbeit, Schule. Müsst halt nur dazu sagen, dass ich das erfunden hab. Erfunden. Äh, wir nehmen... Temmest-Taxi. Das wollten wir doch die ganze Zeit schon machen, oder nicht? Wo ist es denn? Hier wurde mir doch eins angezeigt. Jetzt ist eins mehr da. Doch hier ist eins. Oh, das ist weit weg. Ahahaha. Das Spiel nimmt mich so mit. Ich kann nicht mehr. Verwut. Verwut. Ja, Verzeihung fürs, äh, an Husten. Jetzt in der letzten Folge. Noch Husten. Ah. Lange ist es gut gegangen. Ist nicht mehr. Danke, Kind. Deine Arbeit, die mit den Häusern von South Park nicht vergessen wird, wird nie vergessen. Hier ist dein Geld. Taxi. Nee. Sonst wären wir ja, äh, hier einfach hingefahren, ne? Ja. Auf zum Spielplatz! Sind wir da schneller, wenn wir laufen, oder wenn wir Temmest-Taxi nehmen? Nö. Und wir haben eine weitere Freundschaftsanfrage. Also dann müssten wir aber echt langsam alle Freundschaftsanfragen haben, oder? Also da müssen wir das Spiel komplett haben, würde ich behaupten wollen. Wo sind sie, die Kindergartner? Da drüben stehen sie. Du hast alles gefunden. Du wirst gewinnen! Fühlt sich gut an. Ne. Nee. Hahaha. Billy, Jenny, Quaid, Flora, Fillmore, Mayer, McDaniels. Ah. 96 Freunde. Ja, düngt es, als ob vier noch fehlen. Als ob noch vier fehlen. Sind wir mit Jimbo schon befreundet und so. Ja, aber so oder so. Wir haben keine Quests mehr. Vollständig. Bäm. Wusch. Boah. War einiges. War einiges. War einiges. Aber. Wir haben es mit Bravour gemeistert. Ja. South Park. Der Stab der Wahrheit. Hat mir sehr gut gefallen. Äh. Wobei, ich hab ja schon letztes Mal. Hahaha. Als wir das Spiel durchgespielt haben, Eindrüst in mir gezogen. Die Sidequests waren auch gut. Ja. Waren gar nicht mehr so viele, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ähm. Ich bin aber froh, dass ich es eben besser gekauft habe, als es im Angebot war. Denn, also sagen wir mal, die, die, ich glaub 50 Euro wurden dafür verlangt, ne. 50 oder so. Das ist schon eine Hausnummer. 50 Euro. Das Spiel ist super gemacht, ja. Aber da der Content, da fehlt mir doch doch einiges ein bisschen. Nicht einiges. Aber hätte länger sein können. Seht ihr das auch so? Wobei, ich hab ja... Die Rats haben, was zu ihnen gekommen ist. Ich hab' dir falsch gedacht, Kind. Und hier, können wir uns mit dir an, Freunden noch? Haben wir ja schon eine Freundschaftsanfrage. Hier können wir gar nicht rein. Okay. Ja. Also. Äh. Hier haben wir das schönen Hintergrundmusik in der Bar. Mit dem ATM. Oh. Hihihi. Wollen wir uns hier... Ja. Ja, doch. Komm, Kinders. Jetzt ist aber gut. Ne, äh, ja. Ich wollte auch noch sagen, äh, ihr habt mir auch geschrieben. Nicht mit Skyrim vergleichen. Da der Vergleich hinkt eher mit einem Spiel, das ich auch schon gespielt habe. Eher mit so einem Point-and-Click-Adventure. Ähm. Natürlich mit Rollenspiel-Aspekten. Aber... Ja. Mir hat's trotzdem gefallen. Also mir hat's sehr gut gefallen. Ähm. Ich würd's gern noch länger spielen. Wenn es noch mehr Content gäbe. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal DLCs. Die werd ich dann auch spielen, denk ich mal. Und dann war's das von mir. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dem Spiel. Und falls ihr ja mal mehr, äh, Let's Plays sehen wollt, die abseits der Strategie liegen. Könnt ihr mir das gerne schreiben. Äh. Ich freu mich drüber, über die Kommentare. Und, ja. Verabschiedet mich hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.